Dann können wir jetzt weitermachen. Komplett außer Atem. Warum brennt hier ein Hubschrauber? Markus? Das war ich aus Versehen. Ja, ich habe heute der Knopf gerade getrunken. Dann kommst du wieder ins Spiel zurück und alles brennt. Ja, siehst du? Alle direkt Feuer und Schlammer sind wieder da. Na, da heißt es, dass es ja nicht weitergeht. So, ähm... Ich sitze schon mal im Auto hier. Dann würde ich sagen, machen wir mal wieder eine Story. Geht sofort weiter. Ja, alles gut. So. Hehehe. Na, das war's wieder auf Markus. Das ist ganz schön kalt draußen. Ich war noch nicht draußen und tatsächlich... Ich war das erste Mal schon um halb acht unterwegs. Hm, okay. Ne, da waren... Jetzt sind wir gerade aufgewacht. drill extras. Na, das war nichts. Bis dahin drinnen. Da muss auch nimmst. wir können wir sitzen alle schon im auto wir sitzen schon im selben boot ja alles hatte doch mal kurz auf unsere zahra sollte halt schon bachatische gegend wird hier geparkt ich weil ich nicht wusste ob der ob der vielleicht wieder abhaut deswegen wollte ich die straße gleich versperren da ist gut so heute ist es noch emissionen müssen ein goldversteck besuchen wenn das im süden du hast du gar nicht berührt und der ist schon kaputt und deine idee packt hier so ein bisschen rum recht sollte man nicht runter ich bin hier davon sollte man auch nicht unbedingt begrüßen wir sollten euch auch hier aussteigen weil es ist denke ich auch wir müssen jetzt sind dann in dem gebiet aus golddings suchen ja das von dann ist das ich würde mir die mine angezeigt ich vermute wir haben was rot läuft machen wir sie nicht ja menschen und ein paar fünf haben wir in 80 gezählt also doch nicht schießen oder allein könnte ich mir jetzt holen ich habe ich halt einfach drauf ich habe mich eh alle platt machen das versteht ja nicht da muss aber noch einmal sein zwei sind es noch einer zwei sind dann mal rein mit egal was wir sagen bleib mal draußen egal was wer behauptet der panzer gehört mir wenn wir darauf schießen oder es ist mein ich denke mal draußen stehen bleiben reicht abgeschlossen gut dann muss man wenn sie noch weniger müssen wir schon die waren das war noch medium geben was haben wir denn hier noch wir haben wir noch ein nördliches gold versteckt da gibt es zwei auf jeden fall wir haben noch ein nördlichkeitspunkte halten wir wollen jetzt nicht die vier kilometer mit dem panzer fahren oder ich hab doch gesagt ich fahre den panzer fahr mal sind alle drin überhaupt das gute ist wenn wir jetzt von der strecke abkommen durch käften passiert nicht viel weil das ding für der mausik ist so schwammig hat jemand schön schützt weil da vorne ist unigart der anzauer nicht bemerkt er hat auch nicht damit gerechnet dass wir hier drin sind wahrscheinlich ja weil das gern vorzeuge sind dann jetzt geht doch wir sind einer von denen ja wenn ich immer mal ein bisschen top vorsichtig bin kommen wir keine kurze ich meine das ding fährt sich trotzdem sehr schwammig er hat doch einfach panzer geklaut verdächtig einfach weiter fahren habe ich auch vor wie gut es kann auch sein dass das gegen sie so komisch wird weil es einfach nass ist und regnet er hat extrem gedrekte bremse wollte das ding hält genug aus wenn man die dörfer sind einfach mal mit dem geschützt drauf ziehen einfach auch gar nicht erst aussteigen geht auch das war nur so ein vorschlag so nehmen wir keinen schaden bei mir hakt das spiel gerade ganz gewaltig bei dir hakt das spiel gerade okay hast du einen download im hintergang also ich habe hier ganz ganz hier ist eine information irgendwo oder information ansonsten sieht es noch dicht im busch aus hier ist wir erreichen jetzt die provinz wir werden eben zahlreichen legalen kooker fahren betreibt das kartell dort eine mine aus der es sein führungsgericht erhält daraus werden chemikalien zum reinigen von kokain hergestellt das ist aber eher aus wie ein einsatz also hier wie so ein timer ding das ist ganz dummsta das kann man denn hier ja ui da liegen wir aufgedeckt oder da runter so nicht uah 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 und ich bin mein bester freund der mir gerade sagt dass er losfährt okay ich bin haben wir es denn überhaupt zu 21 ok ja wie man ja wieder bis 22 machen mein wasser so ab freitags um eins ja da bin ich wieder gegen zwei hier gut den alle panzer ja ein panzer ist es nicht so ein panzer fahrzeug als er dafür wie ein fahrzeug ist das wer sagt die dbd irgendwas hat gerade geschrien ich weiß nicht irgendwas über das du drüber gefahren bist jetzt hört es sich so an als würde wäre irgendwer gerade mit dbd am haken gehängt worden kann aber auch sein dass ich immer so wohl gefahren bin bisschen schwund ist es immer darf ich auch mal wenn ich unterwegs bin zur arbeit früher geht ja wenn der schöne meldrecher weil die menschen gefahren ist geht der san andreas aber nicht in der deutschen version nein tatsächlich wo ist das die kontrolle auf englisch stellen ja das stimmt ja das einfach ist das hier nicht gerade durch zu fahren mit dem ding es ist verdammt eng ja wir wissen du hast du schwer bei engen sachen jetzt zu fuß gehen wahrscheinlich besser so wie du gerade fährst hier kannst du aussteigen hier komm ich warte sogar komm fahr weiter jetzt wir haben nicht so viel zeit herzhaft heute kommt gegenverkehr hier kommt überall gegenverkehr ich merke das schon es ist ja nicht so dass wir jetzt gerade ziemlich alarmiert sind ich glaube es war nicht so eine gute idee auf das ding zu schießen so wir sind hier ja wir sollten wir erstmal wieder abfahren ne ne kämpfert voll rein voll mitten in die gegner wir fahren scheißpanzer das interessierten uns nicht siehst du guck mal ich hab die mine doch schon wir fahren direkt mit vor die tür aber was wir davor haben geschützt ist der darf eigentlich jetzt auch mal schießen wir werden alle sterben wir werden nicht sterben wir haben den scheißpanzer noch mal das ist ein schöner knurkator song ja warum fährst du jetzt wieder weg von der nil kann ich auch wieder ran fahren ich wollte sagen ich müsste näher an die dings gegangen fahren wo müssen wir denn heute hin die vorne rechts ne ja da wo die drei typen vor die schlimmste eingang ich möchte drei ok wir sollten hier mal raus wir sollten wirklich hier raus ok das war ein versuch wenn wir jetzt alle sterben oder sollen wir neu machen müssen dann machen wir es anders ich fahre mal hier bis zum weg so jetzt komm hier ohne vorhin mal aussteigen wer ist da jetzt rausgegangen ich bin ausgestiegen weil das ding schon am brennen war es war nicht am brennen es war nur am rauchen das musst du das sind die abgase so vielen dank so komme ich noch mit rein die haben schon verloren die sind die miene rein wir verlieren sie wir sollten erstmal alles einsammeln bevor wir die dinger hier ja den fein habt ihr gar nicht mitbekommen ist auch geil wie wir markieren nahrungspakete die wir dann gleich in die licht sprengen machen wir immer so oder nicht weiter soweit ja genau sie macht erstmal die drohne raus hier ist klar ich habe ein ziel mit maschinenpistolen ja ich dachte es wird noch bei mir nein 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 ich habe den jagen wir haben gott sei nicht wir sagen doch gut gelöst warum auch immer ich kann nicht anscheinend sagt er sagt er ist nicht immer ich habe mich doch am sack ich bin der kb ich kann nicht anscheinend ist es doch zwei sitze nächsten vier sitze sitzt er auch hinten wird vielleicht erst mal liegen abschließend welchen kinder ja sie ist so sie kann auch einsteigen ja ich kann ich kann ich einsteigen ich war die mir die option nicht gibt ja fahren wir mal im lkw ich habe mich alles gut ich bin gleich tot dann fahrt passt du so so können wir ja ja fahrt 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 das sind zwei sitze jetzt das flugzeug oder können da mehrere rein ich weiß ich nicht gerade das brennen sie sollen auf jeden fall der schule ist flugzeug stehen und ich habe gerade im pc schnell noch konntest du vielleicht den lkw noch so ein stück so ja 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 alles gut im flügel wir sind auf jeden Fall noch mensch ist so klappt auf die ane da kommt jetzt ist tot so können ja alle rein ja nicht mehr ganzen tausend